Oh, wir sind ganz viele noch. Hilfe, es sind hier viele! Ja! Wir haben einen Bravo erobert! Mag sie alle weg, ja! Moinsen, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Endlessed. Wir spielen die Reichskanzlei mit etwas abgeänderten... Ja, muss man verstehen, ne? Ist vollkommen okay. Äh, erobert und halte... Alter, hier gibt's 5 Punkte! A, B, wo ist C, Alter? C, A, D, E, A, B... C gibt's nicht auf der Karte. Doch, das ist dort dahinter noch. Ja, wir holen uns erstmal A. Das ist eine Map, einfach... Delta, vorbereitet für... Vorbereitet für MP-Wars, ne? Alter, what the fuck, okay? Halt das andere Hälfte, wir holen uns erstmal durch. Jared, 50 Punkte, danke dafür! Das sieht halt schon... Echt... Nice aus! Also... Grafisch... Puh! Ja, toll! Für das, dass es free-to-play ist... Maschallah, einfach nur. Fuck off, Alter! Oh! Oh! Oh, wir sind ganz viele noch. Hilfe sind hier viele! Soll ich snack halt komplett ab. Ach, der Killstrick... Nein! Wieso deckt meine Flanke keiner? Ja, Mann! Das wäre so nice gewesen hier! Alter! Escalated halt komplett! Alter! Ein paar Killstrick. Hallo, kannst du hier? Danke! So, da! Was ist hier los? Was ist hier los? Ey, der hat schon die dicken... Der hat gleich zwei Waffen mit. Alles gefährdet. Der hat das Game halt einfach schon mal wieder safe durchgespielt. LOL! Lola, wie ist das denn? Geh nicht schon, Flieger! Oh, fuck! Oh! Fuck, Alter! What the fuck, Mann! Der schallert da rein und es ist halt einfach wieder alles vorbei. Echo gehört auch uns. C, C, C. Hier an die AA-Lader. Der ist so geil einfach. Aber... Hab ich noch nicht. Hm. Hör auf mich! Ne! Nicht auf mich! Hör auf mich! Eko haben wir! Wir brauchen C! Alter, alle meine Mates meines Quades sind schon tot! What the fuck, Alter! Why? So hoch da! Hopp! Komm, stell dich nicht an! Ja! Hopp! Halle der Reichskanzlei in Ice-Mainz! Gönnen! Dann haben wir alle! Oh, 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 oh! Ah ja, geseh, Mashallah! Oh, fuck! Die fickt mich! Oh! Oh, ich hab's halt wirklich überlebt! Oh, shit! Komplett crazy! Ehe ist umkämpft! Unterdrückungsfreudig gesagt, ne? So. Oh, das ist mein Mate! Entschuldigung! Hier ist irgendwo einer! Von hinten? Irgendwo ist hier immer noch. Jo, 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 jo! Ig... Noch einer! Nein! Alter! Hey, wir haben halt keine... Wie genau der sonst irgendwas. Seid, wenn wir mal den Panzer aufs offene Feld hinstellen und mal gucken. Ey, das ist richtig die Krücke. Rä Москвin eher einfach nur. Oh man. Man muss nicht nache 49. Rechts! Puttop heise! Hier lang? Hier lang ist ja ja dumm, ne? Alter, das ist halt langsam Ja, fahr! Mann! Was eine Krücke einfach nur So, ja, ja Zudem war wieder alles geil Wir haben den Kontrollpunkt Echo verloren Echo? Auch verloren, nicht so geil Fahr! Fahr! Danke! Lade nach! Mach! Er macht nicht! Ey, das ist so eine Krücke einfach Oh, den grüpp ich halt wieder nicht Hä, macht meine HE keinen Schaden? Was passiert hier aller? Hallo! Tschüssi! Headshot, lol Er ist kalt Schreiben den Kontrollpunkt Echo air over Alter, Mann! Ey, der bewegt sich halt wirklich langsam, der Panzer, ne? Die HE macht halt gar keinen Schaden Sie soll so viel, dass würde ich die irgendwie anhusten oder so Keine Ahnung Was hier passiert, Alter? Ey, ich kann nicht mehr als mit dem Panzer hier alles zu... Blur, wenn es jetzt passiert Baum fällt Okay Ey, wieder kein Kill Hey, die falsche Moon, ne? Ja, ja Die falsche Moon Ne, habe ich nicht Doch, habe ich eher Ja Ja Jetzt habe ich die HE Soll jetzt funktionieren Alter Verwalter Ja, 1000 Punkte Immerhin Immerhin Aber wir verlieren halt Tickets Das kommt hier keiner mehr, ne? What the fuck? Nehmen wir es, glaube ich, gerade irgendein Flieger oder so zerschellt, auf jeden Fall War es gerade das andere heftig Sieht jetzt aus, will er noch jemand? Ja, hier kommt doch wieder der Kumpfschap Den habe ich halt nicht gekillt Ey, ey, ey Oh, ich habe ihn nicht getroffen Leute Was, was, was passiert hier einfach nur? Ja, kill ihn, Alter Weg Nice Fuck, einfach nur Mann, Mann, Mann Haben wir da nur so ein peinlicher Hitmarker, Alter Lächerlich Ja Wir haben Bravo hier oben Mach sie alle weg Ja Panzerfahrer, bester Mann Schieß Latt nach Ja Lol, die jumpen alle da runter Sie sind down Ne, sie sind down So Oh, nächste Kunde Schnell Ja Den treffe ich nicht Lol Hä What the fuck Leute, hier sind ganz viele Vielleicht irgendwie Bock Alter Hier ist auch noch einer Au Ey, ich treffe den halt for real nicht, ne? Jetzt aber hier Meine Herren Kontrollpunkt Charlie, Herr Oberst Ja, Kontrollpunkt Charlie, Oberst Das ist schön Oh fuck Oh fuck Pack Das war frech Der wollte mich einfach aus dem Leben reißen Nicht mit mir So Ja, wir stehen hier ganz gut vor der Position her, ne? Also da darf man jetzt hier eigentlich Ob wir jetzt nichts sagen Alter Wer schießt denn hier schon wieder? Hallo, was ist hier los? Was ist hier denn los? Aha Hey, kommen aber schon mal die Mates, ne? Ja, dahinter hockt einer, ich weiß Dahinter hockt einer, aber dagegen kann ich eigentlich nicht wirklich was machen Bleiben einfach wie So, wie ich positioniert bin Gute Idee Gute Idee Gute Idee, der einfach crazy rein Mörsern Zugriff Get to the MG Machine Gun Er war nicht mein Kill, lol B Okay Ich hoffe immer nicht, dass da ein anderer Panzer kommt Alter, ich camp hier halt einfach die ganze Runde Nice Good Job, aller, bester Panzerfahrer EU West einfach Ehre Mega nice Mega nice Oh, da gab es viele Punkte Hallo, hallo, hallo Eieieiei Ja, Level 1 soll die voll sein Level 2, äh, hier Hä? Panzer auch neu Ja, Gott sei Dank hier Sehr gut War eine gute Runde War ein bisschen campy Aber wir haben uns halt mit dem Panzer irgendwo hingeschissen Und haben einfach gechillt Das war's mit der Runde endlistet Ich hoffe, wie immer Euch hat's gefallen Vielleicht sehen wir uns bei einem anderen Video von mir Macht's nicht gut Macht's besser Tschüssikowski Und Ciao